Hallo liebe Internetgemeinde, wir sind Rolf und Julia. Für irgendwas muss dieses Mistwetter ja gut sein. Wir haben uns gedacht, jetzt machen wir was draus. Unten vorm Haus eine riesen Pfütze, die gibt es seit ich glaube 15 Jahren. Ja, die ist keine normale Pfütze, die ist wirklich so groß, dass die Autos fast schon gar nicht mehr durchfahren, weil sie glauben, man geht unter. Und Julia, du hast ja wieder was ausgedacht. Ja, ich dachte mir, ich werde da durchfahren und Rolf steht sich daneben in Badehose und dann werden wir Rolf sauber nass machen. Auf geht's. Ziemlich schnell um. Oh, ihr habt eine flicke Frau. Ah! Ja. Hahaha!